Halleschön Leute und Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD Im letzten Part haben wir zusammen mit Tim weiterhin durch Cumula gerannt und wollen jetzt gucken wie weit wir kommen Ja man, weiter gehts Ja, easy Auf jeden Fall, wir spielen wieder Toon Braider Toon Braider! Flieg und Sieg! Was? Was? Das war aber Sailor Moon Weil Toon Braider ist halt so ein bisschen, fliegst immer irgendwo runter Stimmt, und dann brichst du dir irgendwo die Knochen Jep Und denkst du so, ah! Und nach 30 Sekunden ist sie wieder fit Ja, weißt du, ich würde so geil den alten Toon Braider zeigen Ich spring jetzt hier runter und dann... Die alten kenn ich ja nicht... Oh Gott, was ist das für ein Vieh, Alter Guck dir den an! Ja, ich schreck dich Ja! 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 Ja natürlich, oh! die haben alle einfach blaue zungen die essen zu viel blaues waldmeister gibt es blaues waldmeister nicht weißen waldmeister ist immer grün es gibt doch diese hier diese lutscher die die farbe der zunge ändern ja das gibt es auch aber was ist denn noch mal blau es gibt doch aber dieses hellblau im hellblau war das nicht schlumpf oder so ich glaube bei eis heißt es schlumpfeis okay ja das ist so ein hellblaues oder engelsblau auf jeden fall ist hier eine kiste ja mal kiste und da ist noch eine kiste kommen wir irgendwie hin ist hier irgendwo so ein kackhuhn nee da darüber oder der geisteseele oder machen direkt so zwang wolfmann komm runter komm runter nein ich glaube ich habe jetzt 46 oder so ja das ist schon mal viel ich finde das schon mal viel und schon viel 40 stück noch und der zweite stempel und ein stempel sehr gut das sylianische gehen können wir geil schreiben wenn du e und i hast ja müssen muss ich jetzt hier ernsthaft auf den einen warten hang around wollt ihr ein bisschen mit mir abhängen abhängen mit link geil und dann sind die da alle so an so einem teil und link den schafft es so sehr hart genau sehr hart sich genervt ja er guckt aber wie genervt er auch guckt so nicht schon wieder warum muss ich immer die scheißjobs machen nintendo why in screw der arme link mann immer link und dann muss auch immer hyrule retten er darf nicht mal sein normales leben leben nein das heißt rette hyrule biete bitte hat kein normales leben stimmt stimmt ich vergaß ist ja link Link kommt zur Stadt, um zu schützen, um zu schützen. Das ist mein Link, um zu schützen. Link hatte keinen Bock mehr abzuhängen. Er wollte woanders hin. Somewhere else. Yay. Tiff, tiff, tiff. Tiff, tiff, tiff. Um. Und. What the. Actual. Fuck. Ja, ich möchte einmal zurück, weil da war noch eine Kiste, die ich haben will. Machst du gut, Link. Ja, soll ich mal wieder... Oh, Alter. Alter. 10 out of 10. 10 out of 10. Would do again. Okay, das hat wehgetan. Das hat echt weh. Erstmal einen Herzschaden genommen und dann nochmal einen... ...hierher. Kranker Scheiß. Zack. Zack. Hättest du das nicht gleich so machen können, Link? Nö. War das zu viel verlangt von dir? Anscheinend ja, weil er meinte, erst nochmal gegen die Tür zu rollen. Ja. Das sah gerade voll geil aus. Das ist der Endlich. Boah. Und was haben wir hier dran? Derf der derde. Geil. Yeah. Damit haben wir beide Herzzeilen. Da gibt es nur noch drei Stück. Eins gibt es auf der Highway eben noch und eins noch im letzten... Zwei noch im letzten Tempel. Ja, Mann. Dann habe ich alle. Yes. You got the Maul. Wie viele Parts ist das jetzt eigentlich ungefähr, weißt du das? Ähm... Moment mal, ich habe noch zwei auf... ...drei auf Tasche. Also vor diesen Parts. Es ist der Ritzenten-Part, das war... Nein, 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 nein. Es müsste jetzt Part 54 sein. Oder 55. Ah. Einer von beiden wird es auf jeden Fall sein. Yep. Guck mal, ich habe keine Projekte, die so 100 Parts momentan gehen. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich hatte nie so ein riesen Projekte, doch Tasos und Final Chronicles. Aber so bei beiden Spiele sind halt nicht wahr. Ja. Ja, Tasos-Spiel sind allgemein immer ziemlich lang. What the... Tasos auf CDR 2 ging auch sa... Oh Gott. Ja, Tasos CDR 2 waren 90 Parts. Ja. Aber Tasos auf Teilen... Du mal easy innerhalb von einer Woche aufgenommen hattest. Fast. Tobi, was machst du? Tasos CDR 2. Immer noch! Must play that game. Aber nimmst du dich ganz gut auf? Ist mir egal. Und deine Festplatte ist leer. Muss man hier nicht irgendwas mit dem Wolf machen? Ah ne, hier geht's rein. Das sieht einfach so richtig... Future-mäßig aus, Alter. Nein! Das sind schon wieder diese Lappen. Die... die Metanlappen. Ja. Direkt getötet. Sack. Nein. Nein. Bam! Gefickt. Ähm... Guck mal, Link wird zum Super-Segel. Oh Link, denkst du grad an jemanden? Ja, er ist ein geiler Film. Hä? Kennst du diesen Sieben-Zwerge-Film? Ja. Ja, da sind die doch auch, wenn die geil sind. Es geht doch ihre Mütze immer so hoch irgendwie. Guck mal, er kann sich nicht entscheiden. Das ist so ein Mittelding. Er wedelt umher. Oh, Mann. Der Phythics. Ähm. Muss man hier irgendwas mit dem Wolf machen? Ach, ne, da. Da. Direkt einfach hier hoch wieder. Muss man hier irgendwas mit dem Wolf machen? Mit dem Wolf? Warte, ja nicht was mit dem Wolf? Was willst du denn? Spielen. Ich würde aber nicht spielen. Boah. Mit dir auch nicht. Boah, die Schumelverleihe, die wissen doch gar nicht, was abgeht. Ja, stimmt. Da kommt einfach so ein Pfeil aus dem Nichts. Ja. Good Stopp. Denkt sich Mitte grad auch so, ach, was für ein Lappen. Ja. Ja, so wie sie gegänt hat. War klar, dass der Lappen das nicht hinkriegt. Neh mal dieser Link. So. Jetzt aber. Döp, döp. Hör auf mich auszugehen. Hör auf mich auszugehen. Okay. Das ist auch mal was. Alles klar. Auszugehen. Schmuss darüber, da ist die Kiste, die will ich haben. Taddeus hat es halt in den Gähnen. Taddeus hat Gähne. Taddeus hat Gähne. Taddeus hat Gähne. Taddeus, Taddeus. 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 Sehr gut. Ah, da ist auch die zweite Geisterseele. Link. Wow. Taddeus. 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 Oh, Brustschlüssel erhaltend. Yeah. Und ich brauchte das fette Nase und gar nicht drücken. Alter, perfekt, Mann. Aber wie komm ich jetzt darüber? Guck mal, vielleicht kannst du dich irgendwo dran haken. Ich schwirr mal von unten. Oh. Erstmal musst du mal wieder Sniperling an die Arbeit. Oh Gott, gesniped. Ich würde die Kackstie nicht anziehen. Ah, da. Kann man nicht hinhaken. Ach, da hängt Spinnen dran, da würde ich gar nicht hin. Ihhh. Auch cool finde ich, dass der Boss hier einfach so, einfach umherfliegt und sich einfach denkt, yo, hi. Yo. Bis später dann, ne, bro. Ja, denkt er sich echt so. Ich warte auf dich, Link. Du wirst kommen, ich weiß es. Du wirst kommen. Oh, nee. Guck da, da hat er krabbelst. Ja, aber gut, es sind nur kleine. Nur kleine, alles cool. Nein. Es sind keine Skulltulas. Keine Spinnen während meiner Schicht. Zumindest ist Kletterflink hier schneller. Ich weiß noch, im Gang. Übrigens habe... Ja. Ja, stimmt. Das ist auch echt cool. Übrigens hatte ich ja zwei Hausspinnen gestern und eine ist noch da, wo sie ist und die andere ist irgendwie nicht mehr da. Und das bereitet mir kleine Sorgen. Oh, shit. Oh, shit. Die haben, die hatten, haben, ne Woche haben die voll gechillt und waren meine besten Bros, weil die sich einfach nicht bewegt haben. Die dachten einfach so, guck mal da, der hat Angst vor uns. Ja, ich weiß. Wie wäre es, wenn jetzt einfach einer mal von uns verschwindet nächste Woche? Das ist so eine gute Idee. Und dann ist hier eine einfache Schundschirm. Das hätte echt nicht sein müssen, finde ich. Kommst du her, Geist? Kommst du, du hast mir den Gefahren. Zack. Bitte so, dass ich nicht runterfalle. Danke. Zack. Tschüss. Danke. Einfach die Seele rausgerissen. Dann hätten wir auch beide Geisterseelen. Und, was haben wir hier noch? Ein Stempel. So, jetzt erstmal kurz gucken. Jetzt haben wir, wir haben jetzt HC und die N und die Tante. Dann können wir jetzt Huntets schreiben. Mhm. Da ist noch eine Kiste. Oh, alles klar. Das könnte so eine japanische Kraft sein, Alter. Huntetsu no jutsu. Huntetsu. Ähm. Kann ich hier? Ja. Warum er sich jetzt da festgehalten hatte, dass ich auch so, oh. Nicht runterfallen, Link. Nicht runterfallen. Geil. Und ich dachte mir, Link, fall. Link, fall. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ähm, nach. Da heißt wieder Wolf Action. Ich liebe, dass man das einfach auf dem Gamepad ändern kann. Ja, das ist super. Man muss nicht immer... Mietner, ja, was willst du? Ich möchte mich in den Wolf verwandeln. Alles klar. Wieso sprichst du mich dafür eigentlich immer an? Wie bleibt keine andere Wahl? Ach, haben sie etwa keinen Verwandlungsbutton? Nein. Den gibt es erst in der verbeiserten Wii U-Version. Und ich falle. Du wirst fallen. Lass dir dagegen mal was einfallen. Schatte, please. Zack. Wir wollen doch das Niveau aufrechterhalten, welches Niveau. Echt? Du willst es aufrechterhalten? Okay, dann solltest du mich vielleicht nicht als Gast einladen. Nein, Tim. Welches Niveau? Ja, das stimmt auch wieder. Wir haben keinen. Ich hab dich nicht mehr zu Hause. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Hallo ich bin ein Nashorn Hi Nashorn, wie war dein Tag? Tschüss Nashorn Hallo ich bin ein Nashorn Oh Gott Au das tat weh Das sind Tanten und zwei Tanten Ja Pötze, Pötze, ja Ach hier, ja stimmt Irgendwie fehlt da noch was Irgendwie drehen sich die Teile nicht. Wie lange nehmen wir einfach schon wieder auf? Wie einfach schon wieder 16 Minuten aufnehmen? 16. Warte mal, das wird der nächste Tempel gesigned, der vier Parts geht wird. Ich hab den Tempel gar nicht so lange in Erinnerung. Ich auch nicht. Hä? Ach da. Das startet mir grad so. Hä? Alles klar, Link hat grad keinen Bock. Link kann einfach nicht bis nach ganz oben. Seriously. Link. Ich bin davon nicht dran. Kann ich mich nicht. Vielleicht kannst du vom Gras da hoch. Wenn ich von da aus mein Ende anschießen kann, ja. Nein, er ist ein Nappen. Link ist ein Nappen. Wie war das denn? Hä? Schade. Was? Ich wollte mit der Riesensprungattacke ran. Ach so. Jetzt so, du darfst den ganzen Weg von neu laufen, weil du ein Lappen bist. Oh, bitte nicht, ey. Kannst du bitte nicht den ganzen Weg neu laufen müssen? Ich hoffe es dir gerade auch so ein wenig. Aber ich komm... Aus irgendwelchen Gründen komm ich da nicht dran. Aber ich müsste ja auch eigentlich... Rein theoretisch müsste ich ja auch eigentlich irgendwie da rankommen. Ist vielleicht zu weit weg. Warum ist es dann da? Wenn du vielleicht irgendwie anders dran kommst, ich weiß noch nicht wie. Aber ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir haben es verkackt. Also ich kann es mir gerade nicht auch erklären. Könntest du da bitte nicht an den Ehefrau festhalten, Link? Aha, Moment. Momentchen. Ah, man kann da hoch. Ja. Gott ist shit. Ja, Mann. Ähm. Gott ist, ja, wir können da hin. Immerhin da hin, okay. Ähm. Ähm. I am tired of this shit, Link. Er kann sich überall festhalten. Dann soll er sich einmal festhalten, Link ist einfach so... Ah, kuh. Kuh. Ja, 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 ja. What the fuck? Äh? What the heck? Oh, mein Gott, okay. Nein. Nein. Nicht wieder so ein Pisser. Okay. Schaffe ich es hier hin, na? Und mach dann den hier. Tschüss. So, jetzt. Jetzt müsst ihr da dran kommen, ja. Boah. Das war eine Geburt. Yep. Yeah. Ich schlafe mich dann. Wie er vorher noch so ein bisschen ruckelt, so. Man geleite mich nach unten. Genau. Oh, nein. Also, Leute, ich würde sagen, das ist dann der zweite Tempel, der vier Parts dauert. Das war der erste Tempel, der vier Parts gedauert hat. Ähm, der Wassertempel mit Nicole. Ah, okay, ja. Das verstehe ich. Also, würdest du sagen, wir sehen uns erst im nächsten Part wieder und dann hauen wir auf den Boss um. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.